Wir bauen jetzt auch was, und zwar die Angry Birds Schweinestadt. In dem Paket ist dieses verrückte Gebäude und Red, Stellar, Piggy 1 und Piggy 2. Wie ihr seht, gibt es ganz viel Action. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Schweinchen haben den Angry Birds die Eier gestohlen. Deswegen greifen die Angry Birds die Schweinestadt an. Es gibt einige Ziele, die die Angry Birds treffen können, und dann passiert immer was. Attacke! Seht ihr, das Schweinchen ist von der Brücke gestürzt. Jetzt versuche ich mal den großen Stein auszulösen. Bam! Tendee! Jetzt noch ein Griff auf den Hotdog-Stand. Bam! Wie ihr seht, macht es nicht nur Spaß zum Bauen, auch noch zum Spielen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.